Hallo liebe Minecraftler und willkommen hier zu der Snapshot Vorstellung von dem Snapshot 13W07A und ja dann legen wir auch gleich mal los. So und los geht's. Es wurden wohl auch leichte Licht und es wurden leichte Optimierungen an der Beleuchtung vorgenommen. Ich schätze mal manchmal hatte man ja den Bug bei Fackeln die unten in den Minensystemen waren. Ich schätze mal das wurde behoben. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Könnt ihr einfach mal selber auf eigener Faust immer losstiefeln. Dann wurde die Karte jetzt so gemacht, dass man die auch im Bilderrahmen drehen kann. Das ging wohl vorher nicht. Wusste ich nicht mal. Mit dem Bilderrahmen und mit der Karte arbeite ich sehr sehr wenig. Dann wurden am Comment-Blog auch was geändert. Ich kenne mich leider nicht so gut mit dem Comment-Blog vor. Also ich kann das jetzt nur vorlesen. Also beim Comment-Blog kann man jetzt Prefixe, Farben und Suffixe können mit et a, et p und et r nicht angezeigt werden. Für die unter euch die sich mit dem Comment-Blog gut auskennen. Ist das bestimmt eine tolle Sache oder nicht? Ich weiß es nicht. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr euch damit auskennt, ob das gut oder schlecht ist. Ich weiß es nicht. Und das war es dann eigentlich auch schon wieder mit diesem Snapshot. 13W07A am Freitag oder am Samstag kommt dann der B-Snapshot. Und Link von der Mojang-Seite ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video von dem Minus-007. Tschüss!